Ich habe schon entdeckt, was hier das Problem ist. Interessant ist jetzt, was kann man mit einem Homecomputer anfangen? Jawohl, ich habe hier ein ganzes Buch mit Anleitungen, wie man das macht. Wer macht das noch? Das Einzige, was man muss, ist einfach eine Sprache lernen, eine sogenannte Computersprache. Und das braucht Zeit. Hast du schon einmal rübergekommen? Nein, nein, ich habe ihn nicht rübergekommen. Nein, ich habe auch noch geschrieben. Nein, ich habe doch auch noch keine. Ich kann es gar nicht schreiben.